Ihr seht jetzt hier gleich etwas, was viele MontanaBlack88-Fans erschrecken wird. Jo, ich bin YouTube Gamescom vom Clan Libanon Elite. Ich bin noch ein bisschen müde, aber schaut euch einfach selbst an. Er ist in der Subbox von MontanaBlack88. Das Subbox-Prinzip kennt ihr ja alle von YouTube. Und jetzt passt auf diesen Kunai-Swex-Typen aus. Das ist ein Abonnent von MontanaBlack88 in der Subbox. Ich habe nichts gemacht. Und jetzt schaut euch das mal an, wie er uns hier hatet. Er verfolgt mich die ganze Zeit. Das ist doch nicht normal. Warum macht er das? Guck, und das ist auch nicht irgendwie so ein Faker, sondern bleibt mal stehen. Kunai-Swex, guckt euch ihn an. Jetzt habe ich dich gefilmt. Guck mal, jetzt macht er hier noch Akrobatik hier. Oh, schön. Muss mal zum Zirkus gehen, würde ich mal sagen. Das schaukelt sich hier wirklich alles hoch gerade, dieses MontanaBlack88-Ding. Ich war immer ein ehrlicher Zocker, habe nie jemanden richtig so beleidigt. Aber wenn MontanaBlack88 anfängt und das seine Abonnenten sind, jetzt kesselt er mich noch ein. Nein. Guck euch mal das an, Montana. Was sagst du zu so einem Abonnenten, der in deiner Subbox ist? Guck euch mal an. Ich könnte jetzt gerne auch noch auf YouTube gucken, wie viele Abonnenten der hat. Ich will es gar nicht wissen. Auf jeden Fall, äh, äh, ist das nicht normal? Äh, ich klinge vielleicht jetzt hier ein bisschen müde. Kann sein. Äh, wollt das Video eigentlich gar nicht machen. Wenn ich ein Video mache, bin ich eigentlich ausgeschlafen. Ähm, aber guck mal. Was soll das? Was willst du von mir? Lass mich doch spielen. Schön für dich. Ja, das ist ein Abonnent von MontanaBlack88. Der Typ ist da. Drottel ist sogar ja noch in der Subbox von Montana. Echt traurige Geschichte. Wenn ich selbst, der junge Zocker, nicht mehr richtig spielen kann, finde ich das sehr, sehr schade. Äh, ich bin jetzt auf jeden Fall raus, Leute. Guckt euch mal, wie er das ganze Spiel sabotiert. Das ist doch Sabotage eines Spiels, was er da macht. Ja, folgt mir doch. Folgt mir doch. Lass uns doch in Ruhe. Ah, hast du noch ein paar Mitstreiter gefunden? Moin, moin, meine Gott, um die Freude. Freu dich. Freu dich. Komm, 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 lass das einfach. Hey, Kunai, Svex, ich will mit dir keinen Stress. Komm, ich reich dir die Hand sogar. Aber hör auf, dieses ganze Spiel zu manipulieren. Der manipuliert nur Spiele. Also, er ist genauso wie die ganzen anderen Abonnenten von MontanaBlack88. Jetzt habt ihr die Wahrheit rausgefunden. Viel Spaß beim Grübeln. Danke.